Kapitel 9 Als George aufwachte, war er zuerst verwirrt, eine andere Person neben sich zu spüren, bevor ihm einfiel, was gestern geschehen war. Er merkte, wie ihm das Blut in die Wangen schoss. Das war sie also gewesen, die erste Erfahrung mit einem anderen Mann. Die Verwirrung, die ihn letzte Woche und auch gestern Abend gequält hatte, war nicht vollständig verschwunden, aber sie hatte sich deutlich gelegt. Für ihn war es schön gewesen, ohne Einschränkung. Fast noch schöner fand er, dass Severus nach seiner kleinen Flucht aus der Küche doch noch zu ihm gekommen war und jetzt neben ihm im Bett lag. Sie lagen beide auf der Seite, die Gesichter einander zugewandt. George beobachtete sein Gegenüber im Schlaf. Er wirkte fast so angespannt wie immer. Die steile Falte zwischen den Augenbrauen würde wohl nie verschwinden. Nur der Mund wirkte entspannter, nicht verbissen und schmal wie sonst. George spürte sich selbst lächeln. Die Situation könnte grotesk genannt werden. Er lag zusammen mit Severus Snape in dessen Schlafzimmer. Und er war glücklich, auch das ohne Einschränkung. Die Schuldgefühle, die ihn sonst immer befallen hatten, wenn er nur ansatzweise zufrieden gewesen war, waren in ihrer Intensität nicht mehr mit vorher zu vergleichen. Fred würde ihn vielleicht nicht verstehen, wäre er noch am Leben. Und sicherlich würde er ihn damit aufziehen, dass er etwas übrig hatte für den grantigen Zaubertränkemeister. Aber er hätte garantiert hinter ihm gestanden. Dieser Gedanke gab ihm irgendwie Halt. Andererseits wäre er Snape wahrscheinlich unter normalen Umständen nie so nahe gekommen. Als er bemerkte, wie seine Gedanken langsam verrückte und nicht lösbare Bahnen einschlugen, entschied er sich, vorsichtig aus dem Bett aufzustehen und ins Bad zu gehen. Nachdem er sich erleichtert und das Zittern seiner Hände beim Waschen verdrängt hatte, ging er leise zurück ins Schlafzimmer. An der Tür blieb er stehen. Er konnte nicht genug davon bekommen, Severus zu beobachten, der scheinbar gerade aufwachte. Seine Hand tastete das Laken ab und Georges Herz schlug schneller, als er leise seinen eigenen Namen hörte. Dann jedoch wachte Snape endgültig auf und George sagte etwas, was er für die nächsten Stunden bereuen sollte. Ich bin hier, Severus. Sein seliges Lächeln erstarb, als Snape sich zu ihm drehte. Das Gesicht, eine eisige Maske, stand er ohne ein Wort auf und ging an George vorbei und die Treppe hinunter. Dieser verstand die Welt nicht mehr. Wieso musste Snape sich jetzt wieder wie ein Arsch verhalten? Wütend und verwirrt folgte er ihm nach unten, doch Severus hatte sich ins Bad verzogen. Diese Reaktion konnte er wohl kaum davon herrühren, dass Snape noch keinen Kaffee gehabt hatte. Trotzdem ging er in die Küche und setzte welchen auf. Vielleicht konnte er ihn so in die Küche locken. Tatsächlich tauchte Snape einige Minuten später auf, nahm sich eine Tasse und verschwand im Keller. George war so konzentriert, dass er ihn noch nicht einmal zur Rede stellte. Er ging die Szene im Schlafzimmer noch einmal mental durch. Snape war einfach nur eiskalt gewesen. Er wollte ihm damit sagen, dass das eine einmalige Sache gewesen war, aber wieso war er dann gestern noch zu ihm gekommen? Es war zum Kotzen. Er kannte sich in diesen Dingen, zumal mit einem Mann nicht aus, vor allem wenn es dabei auch noch um Severus Snape ging, den Mann mit den sieben Siegeln. Trotzdem wollte er versuchen, das jetzt zu klären, bevor er sich noch völlig verrückt machte. Also ging er die Kellertreppe runter. Snape stand bei den Tränken, die seit gestern gezogen hatten. Konzentriert überprüft er jeden Einzelnen, bevor er dazu überging, weitere Zutaten zu zerkleinern. Severus, kann ich dich sprechen? Das ist jetzt ungünstig. Ich habe einen knappen Zeitplan, was das Hinzufügen der einzelnen Bestandteile angeht. George musste sich zusammenreißen, um nicht zu schreien. Ihm war durchaus klar, dass der Sex nichts bedeuten musste, aber dann hatte er doch das Recht, es aus Snapes Mund zu hören. Zumal er hoffte, dass es etwas bedeutete. Aber er verhielt sich wie ein Feigling und wollte lieber noch ein paar Stunden hoffen. Dann vielleicht später. Ich bin für ein paar Stunden weg. Verstanden. George stieg die Treppe wieder hinauf und spürte bei jeder Stufe einen Stich. Er hasste es, dass Snape ihn so behandelte. Aber noch mehr hasste er, wie weh es tat. George stand vor der Kneipe, wo alles begonnen hatte. Nun ja, nicht alles, aber zumindest die Erkenntnis, dass er Snape anziehen fand, auch wenn er sich das erste Mal nicht hatte eingestehen wollen. Er kämpfte mit sich. Seit seinem letzten Glas Alkohol waren schon fast 48 Stunden vergangen. Auch wenn er gestern vor Snape noch damit angegeben hatte, dass es kein Problem sei, mal einen Tag nichts zu trinken, war das doch schon rekordverdächtig. Die Tage, als er verletzt war und fast die ganze Zeit geschlafen hatte, konnte man nicht dazu rechnen. Er ging immer wieder einen Schritt auf die Tür zu, drehte sich um und blieb dann doch auf derselben Stelle stehen. Ein Außenstehender hätte vermuten können, dass er unter einem Imperiusfluch stände, dem George sich zu widersetzen versuchte. Und im Grunde war es nichts anderes. Das Verlangen nach einem Drink war stark, brannte in ihm und ließ ihn zittern. Doch irgendwas hielt ihn davon ab, tatsächlich in die Kneipe zu gehen. Vielleicht war es der Gedanke, wie Snape ihn ansehen würde, wenn er betrunken zurückkehren würde. Er würde es als Schwäche ansehen, dass George wegen so etwas Lächerlichem wie angespannter und eisiger Atmosphäre direkt in die nächste Bar appariert wäre. Es kostete ihn Kraft, sich endgültig umzudrehen und einen Schritt nach dem anderen weg von der Kneipe zu machen. Unbeschreiblich viel Kraft. Es zehrte an ihm. Und schließlich stand er schweißüberströmt vor Harrys und Genies Wohnung. Als Harry ihm die Tür öffnete und ihn erschrocken ansah, konnte er erahnen, wie schlecht er aussah. Kann ich reinkommen? Sicher. George, was ist denn passiert? Du siehst beschissen aus. Danke für die Blumen. Du weißt, was ich meine. Also, was ist los? Ist Jenny da? Nein, sie ist beim Training. Jetzt sag schon, was ist passiert? Versprich mir, dass du Jenny noch nichts sagst. George, was soll das? Es gefällt mir nicht, sie anzulügen. Ich weiß, aber ich will sie nicht schon wieder enttäuschen, wenn ich es nicht schaffe. Harry überlegte und nickte dann. Gut, in Ordnung. Was nicht schaffen? Okay. Also, ich versuche mit dem Trinken aufzuhören. Und das ist verdammt hart. Dabei ist es erst zwei Tage her, dass ich meinen letzten Drink hatte. Ich stand gerade fast eine halbe Stunde vor einer Bar und musste mich mit aller Kraft zwingen, nicht hineinzugehen. Harry sah ihn merkwürdig an, dann fiel er ihm um den Hals. George, ich bin stolz auf dich. Und ich helfe dir, wo ich kann. Du bist nicht alleine mit dem Scheiß, okay? Mit so einer Reaktion hatte er nicht gerechnet, aber es fühlte sich gut an. Dann löste sich Harry von ihm und fing an, wie ein Wasserfall zu reden. Gut, also, was kann ich tun? Ich kenne mich damit nicht aus, aber es müsste doch irgendwelche Tränke geben, die dir helfen könnten. Vielleicht frage ich Hermine mal, die findet sicher was raus. Und ich verspreche dir, dass ich Gini nichts sage. Das musst du machen, wenn du dich bereit fühlst. Dabei fällt mir ein, morgen ist doch das Sonntagsessen. Wir müssen es irgendwie schaffen, dich da durchzubringen, ohne dass es jemandem auffällt. Am besten, wir entwickeln vor einen Plan und ein Losungswort, falls dir alles zu viel wird. Aber wie... Harry, jetzt beruhig dich. Es gibt Tränke, die mir alles erleichtern werden. Ich nehme morgen einfach zwei und noch welche mit auf Reserve. Das halte ich schon aus. Und danke für deine Verschwiegenheit. Bekomme ich jetzt was zu essen? Klar doch, ich mach dir was. George musste sich stark zusammenreißen, um nicht doch aufzuspringen und in die nächste Bar zu rennen. Aber die Reaktion und Freude von Harry schaffte es, ihn an Ort und Stelle zu halten. Nur sein Appetit hatte inzwischen wieder nachgelassen. Trotzdem aß er höflicherweise etwas von dem Rührei. George, kann ich dich etwas fragen? Deinem Ton nach zu urteilen, bin ich mir dann nicht so sicher. Also naja, du musst ja nicht antworten. Spuck's schon aus. Was hast du gestern gemeint? Ich meine in der Eisdiele. Jetzt dämmerte es George, worauf er hinaus wollte. Aber er ließ sie noch etwas zappeln. Das verlegene Gesicht von Harry war einfach zu herrlich. Was meinst du, dass ich Ron zuliebe zum Essen komme? Nein, ich meine, bevor du gegangen bist. Keine Ahnung. Du hast mir versprochen, morgen auf mich aufzupassen und dann... Hm... Oh, du Idiot, du machst das extra. Wieso glaubst du, auf einen Männer zu stehen? George musste lachen. Harry war inzwischen putterrot und schmolte ihn über den Tisch hinweg an. Okay, okay. Bist du sicher, dass du das überhaupt wissen willst? Dir scheint das Thema nicht wirklich zu behagen. Nur weil ich bisher noch nicht in so einer Situation gewesen bin, heißt das nicht, dass ich nicht darüber reden kann. Was willst du denn wissen? Wer ist es? Kenne ich ihn? Und wie ist es dir aufgefallen, dass du einen Kerl, naja, anziehend findest? Nun, das letzte ist einfach. Er hat mich gegen den Tresen gedrückt und ich bekam eine Latte. Wenn möglich lief Harry noch röter an. Obwohl es danach nicht einfacher wurde. Ich meine, man gesteht sich nicht einfach so ein, dass man möglicherweise auf Männer steht. Zumal, wenn man vorher immer nur Frauen beachtet hat. Ja, das glaube ich. Aber als ich ihn gestern geküsst habe, da... Du hast ihn geküsst? Ja, doch. Auf jeden Fall war es unbeschreiblich schön. Aber das ist doch gut, oder? Wenn man mal die mögliche Reaktion meiner Familie außen vor lässt und die Tatsache, dass ich immer noch Angst vor dieser neuen Situation habe, ja, dann kann man sagen, dass es gut ist. Ach komm, deine Familie wird sich freuen, dass du nicht völlig abgestumpft bist. Überrascht guckte er Harry an, der erschrocken zurückblickte. George, ich... Scheiße, tut mir leid. Das kam jetzt anders rüber, als ich es gemeint habe. Ich verstehe schon, was du meinst. Mach dir keine Gedanken. Wirklich? Ich meinte nur, dass sie sich freuen werden, dass du wieder etwas anderes als Trauer und Wut empfindest. Schon kapiert. Ehrlich. Okay. Und dass du diese neue Situation selbst noch nicht vollständig verstehst, ist doch auch klar. Ist ja eine ziemliche Umstellung. Harry grinste versaut. Und diesmal war es George, der rot anlief. Harry, was? Du kommst scheinbar schon besser damit klar, sehe ich. Jetzt sag schon, wer ist es? Du kennst ihn nicht. George hätte zwar gern darüber geredet, aber Harry war dem Ministerium verpflichtet. Und das war viel zu gefährlich. Und in gewisser Weise stimmte es ja sogar. Denn Severus, den George ab und zu unter den eisigen Masken aufblitzen sah, den kannte Harry nicht. Na dann, beschreib ihn mir. Naja, er ist etwas größer als ich und ein paar Jährchen älter. Er ist mehr der verschwiegene, stille Typ. In Gedanken fügte er noch das Adjektiv arschig hinzu. Und wo habt ihr euch kennengelernt? Was denkst du denn vor einer Kneipe? Auch das war etwas an der Wahrheit vorbei. Aber das war nun auch nebensächlich. Und wieso bist du jetzt nicht bei ihm, sondern versuchst verzweifelt nicht in eine Bar zu gehen? Weil er ein Idiot ist. Jetzt kam auch George so richtig in Schwung und erzählte, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, was gestern und heute Morgen geschehen war. Ich meine, verstehst du das? Da sagt nochmal einer Frauen sein kompliziert. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Scheint ziemlich launisch zu sein. Ach was. Vielleicht findet er es peinlich, dass du ihn beim Schlafen beobachtet hast. Genie hasst das auch, wenn ich das mache. Und einfach so wurde George klar, dass Harry den Nagel auf den Kopf getroffen hatte. Nun ja, fast zumindest. Snape war kompliziert und launisch und immer darauf bedacht, unnahbar und damit unangreifbar zu sein. Er hatte sich nicht verschlossen gegeben, weil George ihn beim Schlafen beobachtet hatte. Wohl aber, weil er dabei gewesen war, als Snape Schwäche gezeigt hatte. In Form seines Namens, sehnsuchtsvoll ausgesprochen. Harry, du bist ein Genie. Mann. Ach ja? Das ist es, diese... Ich muss los. Danke dir. Doch als er von seinem Stuhl aufsprang, erfasste ihn eine Welle des Schwindels und ihm wurde schlecht. Er schaffte es wie damals in Snapes Küche, nur noch bis zur Spüle, bis er sich erbrach. Scheiße, George, alles in Ordnung? Besorgt stand Harry neben ihn und strich beruhigend über seinen Rücken. Das vergeht wieder. Ich muss mich nur kurz hinsetzen. Harry kochte ihm einen Kamillentee und suchte in der Hausapotheke nach Tränken, die vielleicht helfen würden. Ich habe nur einen Beruhigungstrank für den Magen gefunden. Keine Ahnung, ob er dir helfen kann. Na, er wird auf jeden Fall nicht schaden, denke ich. Danke. Zehn Minuten später, nachdem er sich frisch gemacht hatte, ging es George zumindest so weit besser, dass er sich traute zu operieren. Danke fürs Zuhören und den Tipp, Harry. Wir sehen uns dann morgen. Ist gut. Pass auf dich auf. Und hey, ich freue mich für dich. Sie grinsten sich an, bevor George auf die Straße trat und sich auf Snapes Haus konzentrierte. Vor der Haustür zögerte er noch. Er war unschlüssig, wie genau er sich verhalten sollte. Er musste Snape irgendwie klar machen, dass es in Ordnung wäre, sich fallen zu lassen. Als er das dachte, musste er fast selbst wirken. Das klang wie aus einem dieser kitschigen Muggelromane, die seine Mutter heimlich las. Und Severus würde ihn für so einen Spruch auslachen. Also würde er wohl improvisieren müssen. Er klopfte an und hoffte, dass Snape zumindest mit ihm reden würde. Er klopfte wieder und wieder und wollte schon hysterisch lachen. Würde er noch nicht einmal mehr ins Haus gelassen? Aber dann öffnete sich die Tür. Snapes Gesicht war wie so oft ausdruckslos und George hatte inzwischen Kleinigkeiten in der Mimik lesen gelernt. So wie Severus den Kopf leicht zur Seite neigte und die Mundwinkel entspannte, konnte er erkennen, dass die Stimmung schon besser war und Snape besorgt war. Nun gut, Letzteres könnte er sich auch nur einbilden. Brauchst du einen Trank? Wäre nicht schlecht, glaube ich. Dann komm rein. Während Snape den Trank holte, setzte George sich in die Küche. Gestern war alles so viel einfacher gewesen. Sie waren sich so nahe gewesen und jetzt schien es schlimmer als vorher zu sein. Du bist schon wieder in Gedanken. Aus dir wäre ein lausiger Spion geworden. Wenn ich dazu gezwungen worden wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch geschafft. Zwar nicht so gut wie du, aber... Snapes Gesicht war auf einmal bedrohlich nah vor seinem. Was soll das heißen? Severus, du schaffst es nicht einmal mehr, dich nicht zu verstellen. Oh, bitte. Sagt das jetzt wieder eine pseudopsychologische Therapiesitzung? Nein, ich will nur sagen, dass ich verstehe, warum du heute Morgen so eisig warst. Bei Merlin kannst du nicht mal aufhören, alles zu analysieren. Ich muss sowieso los. Wenn dir wieder schlecht wird, kannst du noch einen Trank nehmen. Mehr aber nicht. Du haust es nicht einfach ab, verdammt. Ich hab mir das Hirn zermartet, was heute Morgen los war. Ich lasse dich jetzt nicht gehen, damit du entweder von einer Horde Todesser getötet oder von Euronen abgeführt wirst, nur damit du nicht mit mir reden musst. Du wirst mir nicht sagen, was ich tun soll. Niemand wird das je wieder tun. Und nur weil wir... Snape's Stimme war bedrohlich leise geworden. Aber George konnte sein Zorn nicht mehr unterdrücken, als dass er auf die Anzeichen hätte achten können. Nur weil wir was? Ein bisschen rumgemacht haben? Eine billige Nummer geschoben haben, die dir nichts bedeutet hat? Was verdammt? Im nächsten Moment hatte Snape seine Hand um George Hals gelegt und drückte zu. Erschrocken sah George ihn an, bekam kaum noch Luft. Snape schien außer sich. Seine Nasenflügel bebten und er zitterte. Hör auf, so zu reden! Doch urplötzlich schien ihm wieder aufzufallen, wo er war und was er tat. Abrupt ließ er los und ging geschockt einen Schritt zurück, dann noch einen und noch einen, bis er die größte Distanz zwischen sie gebracht hatte, die in der kleinen Küche möglich war. George atmete gierig ein und aus. Als er sich beruhigt hatte, sah er hoch und er blickte an den völlig versteinerten und verstörten Snape gegenüber an der Spüle stehen. Er hatte eindeutig unterschätzt, wie sehr diese Situation Cerberus überforderte. Dafür musste er gar nicht an dessen Reaktion in der Kneipe zurückdenken. Er sah es in diesem Moment vor sich. Langsam ging er auf ihn zu und beobachtete, wie Snape versuchte, weiter von ihm wegzukommen. Cerberus, ist gut. Mir geht's gut, okay? Snape sagte nichts, starrte ihn nur gequält an und George blutete das Herz. Cerberus, sag doch was. Es ist nichts passiert, hörst du? Noch einen Schritt und er stand jetzt ganz nah vor ihm. Er überwand die letzte Distanz und umarmte ihn vorsichtig, streichelte beruhigend über seinen Rücken und dann endlich wurde er zurück umarmt. Snape klammerte sich regelrecht an ihn und George ließ ihn gewähren. Dann irgendwann löste sich George langsam von Snape, küsste ihn auf die rechte Wange, die Nase, den einen und dann den anderen Mundwinkel und Cerberus schloss die Augen. Es tut mir leid, kam es heiser von ihm. Ich weiß. Endlich küsste Snape ihn zurück. In Anbetracht dessen, was beide am Vorabend geteilt hatten, waren die Küsse unsicher, als müssten sie sich erst wieder aneinander gewöhnen und überhaupt das erste Mal bewusst wahrnehmen, was sie taten. Und es war nicht minder schöner, als die stürmische Leidenschaft, die sie gestern gefangen gehalten hatte. Schließlich unterbrach George den Kuss, streichelte Severus Wange und sagte, Es ist keine Schwäche, die Kontrolle ein Stück weit aufzugeben. Ich weiß nicht wie. Ich würde sagen, dass das hier schon mal ein Anfang ist. Snape war nicht gegangen. Ihm war die ganze Situation und sein Ausraster merklich unangenehm, aber George verbuchte es als kleinen Fortschritt, dass er nicht gleich wieder in den Keller verschwunden war. Sie hatten nicht weiter darüber gesprochen, was das genau zwischen ihnen war und George fühlte sich auch zu erledigt, um zum jetzigen Zeitpunkt ein Gespräch zu erzwingen. Zum Glück war ihm nicht mehr übel. Das Zittern war zwar unangenehm, aber erträglich. Severus, wie lange wird es dauern, bis ich mich wieder besser fühle und nicht mehr jede Sekunde an einen möglichen Drink denke? Die körperlichen Beschwerden werden noch ein paar Tage anhalten. Die schlechte Nachricht ist wohl, dass das Verlangen dich dein Leben lang begleiten wird. Wie meinst du das? Es wird mit der Zeit einfacher, aber die Versuchung bleibt bestehen und eine falsche Entscheidung bringt dich direkt wieder zurück zum Anfang. Na super, da lohnt es sich doch, damit aufzuhören. Wenn du auf lange Sicht leben willst, lohnt es sich. Und wenn ich es nicht schaffe? Dann versuchst du es wieder. Kann ich hierbleiben, bis ich die Tränke nicht mehr brauche? Snape zögerte und George versuchte, nicht so enttäuscht zu sein aufgrund dieser Reaktion. Aber die nächsten Worte ließen das Zögern in einem anderen Licht erscheinen. Du kannst auch länger bleiben. George strahlte ihn an und musste noch mehr schmunzeln, als er sah, wie Severus versuchte, seine starre Maske aufrecht zu erhalten, dabei aber seinen Blick auswich und schließlich irgendwas murmelte und hektisch aus der Küche verschwand. George ließ ihn ziehen. War das doch weit mehr, als er sich erhofft hatte. doch ins Haus. Alltäاش, potato käme mit dann es sein also es Each 厚 Kirby Made